So, wenn wir jetzt einmal... Nein, entschuldigung, 10 Meter. Aber das tut man ja trotzdem... Beim Stroh nutzt man das nix. Stimmt. Poster. ist er noch fertig war da her so, ich komme übrigens ein tipp falls du das machen willst falls es dich überkommt das Wasser schaut wie Eis aus im Winter achso, nein es gibt kein Eis aber du kannst nicht reinfahren also drüberfahren und dein Mähwerk liegt ab und zu im Weg wenn man Kurs nutzt so leihend fahr über meinen Hof drüber na, dort die Gasse vorbei bin ich gefahren hey, fahr über meinen Hof die habe ich ja gemacht, das ist da hinten im Weg achso ja, eh, eh, da wo ich jetzt fahr, gerade ja, genau hier, und den da hinten im Weg den schräg rüber den habe ich gemacht ah, ok weil der war ja im Feld eigentlich zum Ziel, da muss ich dir die Rechte geben, oder? muss ich da die Rechte geben, nehm ich mal so an so, das heißt Weizen, Hafer und die Hirse oh, aber da geht sich das aus überhaupt alles in ein? nein, glaube ich nicht nein, scheiße der Anhänger größer oh, da muss ich noch mehr kommen dann zumdrehen wird dann da interessant geht's nicht aus? geht's nicht aus? ich komm gleich wieder ich bringe den Rest und wie gesagt, stell bitte die Rechnung raus hab ich schon bitte? hab ich schon ah, ok da hätte ich mit nem schnellen Traktor kommen sollen oh, da wäre ein kleiner Berg anscheinend, weswegen? oh, da wäre ein kleiner Berg anscheinend, weswegen? du denkst, da war ich nochmal du denkst, wo das immer du denkst, wo den du denkst, wo das alles wie das Warte, wo fahre ich da jetzt hin? Ängelich. Uah. Letzt rein. Ei. Richtung Kreisverkehr. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020